Hallihallo, Hallöchen, ich begrüße euch von der Roadmap für Transmult 3 Roadmap Teil 2. Es gab schon bereits gestern einen Teil 1, der veröffentlicht wurde. Den habe ich jetzt mal ausgelassen, weil da in diesem Sinne nur mehr oder weniger das drin stand, was wir schon seit der Bekanntmachung von TSV3 wussten. In dieser Roadmap allerdings steht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen Interessantes. Und vor allen Dingen, es gibt ein paar sehr, sehr schöne Screenshots, die wir uns angucken werden. Der Link zu der Roadmap ist in der Videobeschreibung. So, dann fangen wir mal an. Was wird es für Features geben, die wir uns heute dann genauer angucken werden? Dynamisches Wetter, das veränderte Lichtsystem, visuelle Effekte, das Trainingscenter, früher bekannt als TS Academy, Audioveränderungen und die Figuren, die NPCs, die rumlaufen. Schauen wir uns direkt mal das dynamische Wetter an. Und hier sehen wir zum Beispiel schon den Javelin, die Class 395, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sehen hier, guckt euch mal diese Spiegelung an, die finde ich ganz besonders schön. Wir hatten zwar schon Spiegelungen vorher, aber so in diesem Sinne, so wie es hier aussieht, auf diesem hohen Grad gibt, gab es sicherlich noch keine Spiegelung im TSV2. Das Ganze ist natürlich nur für TSV3, nicht für TSV2. Solche Veränderungen werden nicht auf TSV2 zurückgeportet. Das geht nicht. Wir haben dynamisches Wetter, das bedeutet also, dass das Wetter sich verändern wird im Laufe der Zeit. So innerhalb von 30 Minuten kann es zum Beispiel dann von bewölkt, zu leichtem Regen zum Beispiel übergehen. Was eher selten passieren wird, ist, dass man mitten im Juli im Sonnenschein losfährt und in einem absoluten Schneechaos oder sowas seine Fahrt beenden wird. Sowas wird das nicht geben, sondern es wird in diesem Sinne realistisch bleiben. Das Ganze wird doch tatsächlich die KI und auch einen selbst in irgendeiner Form beeinflussen. Also es kann zum Beispiel zu Verspätung kommen, auch bei anderen, auch bei der KI kann es durch das schlechte Wetter dann zu Verspätung kommen, sodass man dann mal länger warten muss. Das kann gut sein. Auch dieses Bild, sehr schön. Guckt euch mal die Spiegelung hier an. Ganz, ganz herrlich, oder? Wir gehen mal weiter und gucken uns die volumetrischen Wolken an. Ein neues Feature, das hereingebracht wurde. Einer meiner absoluten Lieblingsbilder. Guckt euch das an. Das ist Kassel oder Würzburg. Würzburg, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Würzburg, ne? Hier ICE 1, ICE 1, ICE 1, Baureihe 425, Dostos 425, noch mehr 424, hier 146er, Dostos 612er. Und das alles in diesem wunderschönen Abendlicht oder Morgenlicht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Die Wolken sehen wirklich ganz, ganz herrlich aus. Also wirklich stimmungstechnisch ist das ein kompletter Unterschied zu TSW 2, wo sobald einmal, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwunden ist, alles nur noch stockduster aussieht. Hier ist es tatsächlich so, dass weiterhin Licht da ist und dass das Ganze wirklich richtig schön ausgeleuchtet wird. Und also stimmungstechnisch der absolute Wahnsinn. Auch einer meiner, einer der Bilder, die ich ganz toll finde, der ICE 1. Wir sehen hier im Gegensatz zu dem ICE 1 von 3D-Zug im Train Simulator, haben wir hier eine Nase und Proportionen, die insgesamt ziemlich passend aussehen. Hier vorne der Triebkopf. Das ist dann, denke ich mal, Kassel-Wilhelmshöhe. Vermutlich. Ich kann es nicht genau beurteilen, ehrlich gesagt. Ich war nämlich noch nie in Kassel-Wilhelmshöhe. Und ja, sieht das nicht einfach schön aus, oder? Also und auch, wie die Wolken jetzt diesmal aussehen, wirklich als 3D-Wolken, volumetrische Wolken bedeuten, das sind nicht nur Texturen, sondern wirklich vorhandene Objekte, die auch Schatten werfen. Und das sehen wir vor allen Dingen hier im nächsten Bild. Wir sehen zum Beispiel, dieser Bereich hier ist mehr schattiert als hier vorne. Das liegt daran, dass hier über diesem Bereich irgendwo hier oben eine Wolke ist und das Sonnenlicht da so ein bisschen noch abändert. Wir sehen auch hier die Texturen, sehen mittlerweile etwas organischer aus. Auch wirklich die Beleuchtung der Wagen, das alles sieht deutlich, deutlich schöner aus. Das hier ist von der Strecke Cajon Pass, die amerikanische Strecke, die auch sehr interessant aussieht. Vielleicht gucken wir uns die auch mal zusammen an. Ja, so das Beleuchtungssystem, hier gibt es mal, ich zoome mal ein bisschen raus. Hier sieht man den Unterschied zwischen oben TSW 2 und unten TSW 3. Also das hier unten, TSW 3, das sieht halt einfach deutlich lebendiger aus. Es sieht halt wirklich so aus, also fast schon wie ein Foto, ehrlich gesagt, wenn man das mal hier mit TSW 2 vergleicht, wo das Ganze eher so ein bisschen konturlos erscheint. Und die Schatten sind auch nicht so genau definiert. Also wir können das gerade hier so sehen, wie der Unterschied zwischen Schatten und Sonne. Also das hat halt wirklich schon, wenn man sich das dann hier so anguckt, ja, schön, oder? Auch ein ganz, ganz tolles Bild, Führerstand vom ICE 1. Hier haben wir, glaube ich, das Display, das einem die Bremsen anzeigt und das, oder hier, weiß ich nicht. Auf einem dieser Displays kann man die Bremsen sehen und das scheint wohl auch simuliert zu sein. Also dass man tatsächlich auch mittlerweile die Bremsen auslösen und anlegen sehen kann, verfolgen kann auf dem Display. Und was hier dargestellt wird, ist diese sogenannte Eye Adaption, also dass sich die Augen anpassen an die neuen Lichtverhältnisse. Wir sind hier gerade im Tunnel und da vorne ist das Ganze, da wo der Tunnel endet, ist das Ganze noch ziemlich, ziemlich hell. Und wenn man hier rausfährt, wird es auch erstmal sehr, sehr hell sein für einen kleinen Augenblick, bis sich die Augen anpassen. Und dann ist man praktisch mehr oder weniger dann mit der normalen Lichtintensität dann weiter unterwegs. Genauso dann im Tunnel. Im ersten Augenblick wird es recht dunkel sein im Tunnel und dann wird es heller, weil sich die Augen anpassen. Ja, was können wir noch im Führerstand erkennen? Das übliche, ne, Fahrpult, wie man es eben so kennt. Und da wurde wohl die Sifa deaktiviert von der Person, die gerade den Screenshot hier gemacht hat. GSM-R scheint nicht mal als Textur drin zu sein. Das finde ich ein bisschen schade, aber okay, GSM-R bringt auch irgendwie nicht wirklich was, ehrlich gesagt. Ja, und hier sehen wir nochmal ein Vergleichsbild. Oben TSW 2, unten TSW 3. Wie sich da die Lichtverhältnisse mit der Augenadaption und dem überarbeiteten Lichtverhältnis da eben entsprechend anpassen. Hier sind wir in St. Pancras Station und das macht halt schon einen ziemlich, ziemlich großen Unterschied, oder? So, jetzt muss ich ja mal ganz kurz cutten, aber wir machen weiter hier im Training Center ein komplett neues Feature, wo wir recht viel machen können. Wir können folgendes machen, die Feature Seating. Found all over the side are various benches and seats, all of which are interactive, allowing you to sit back and simply enjoy the view. Wir können uns also hinsetzen, etwas, was wir so bisher im TSW 2 nicht machen konnten, zumindest auf den Stühlen und auf den Sitzen in den Bahnhöfen. Da konnten wir uns nie hinsetzen, das funktioniert jetzt tatsächlich. Nature Reserve. Take a walk throughout the environment and make discoveries of all kind. Okay, wir können also einfach frei da rumlaufen und irgendetwas da entdecken, was auch immer das sein soll. Da gibt es bestimmt irgendwas, das werden wir auch definitiv machen zusammen. Access all. Build to accommodate all types and sizes of trains using the Scenario Planner. What will you test? Also, wir können damit den Scenario Planner benutzen und dementsprechend die Züge hin und her fahren lassen und alles austesten, was wir so wollen. Also, wir können im Grunde genommen frei rumfahren. Mapped out. The collectible map is not just an additional object, but a guide to help orientation and exploration. Also, es gibt diese Collectibles. Die sind aber hier nicht einfach nur so, damit man sie einsammelt, um sie eingesammelt zu haben, sondern sie haben tatsächlich einen Sinn. Sie verfolgen eine gewisse Story, wenn man es so möchte, und bringen einen zu ganz bestimmten Orten, um halt einen dann weiterzubringen. Also, im Sinne von, geh da hin und da wird einem dann dieses und jenes gezeigt. Wir werden uns das alles angucken. Das klingt jetzt alles noch sehr vage, aber es dauert ja nicht mehr lange, bis wir das alles in Action sehen. New Heights. Not only are seats interactive, but ladders are too. Also, wir können auch Leitern hochklettern. Warum auch immer wir das machen sollen, aber wir können es auch. Also, es muss ja nicht alles in meinen Sinn verfolgen. Ich finde die Tatsache, dass etwas da ist, mit dem man interagieren kann, einfach immer toll. Brauche ich eine, in einem Spiel, brauche ich da eine Toilette, bei der ich den Abzug betätigen kann? Nein, brauche ich nicht. Aber es ist irgendwie trotzdem cool, wenn da eine Toilette ist, bei der man den Abzug betätigen kann im Spiel. So, und das ist mit den Leitern hier genauso. Vielleicht haben die Leitern sogar einen gewissen Sinn. Well spotted. We love taking screenshots of trains, so the world has been designed to make trains as photogenic as possible. Was auch mal genau das heißen soll, das werden wir dann gucken. Located at central square, the training center building is open to all from far and wide. Beautifully created, high tech and modern. Also, wir haben ein kleines Willkommenscenter dort. Und da sind wir halt eben willkommen. Warum brauchen wir überhaupt ein Trainingcenter? Naja, bisher war es nämlich so, die ganzen Tutorials sind auf der Strecke gewesen. Und so ist es jetzt möglich, Tutorials in diesem Trainingcenter zu machen, um da gewisse Basics zu lernen. Und man kann die dann immer und immer wieder machen. Das ist gerade für die, die vielleicht neu ins Spiel reinkommen wollen oder ein neues Feature ausprobieren wollen, ist das, glaube ich, besonders spannend. Ja, hier wird dann so ein bisschen beschrieben, wie diese Strecke entwickelt wurde. Das Ganze basiert auf dem Gleisplan von Wegberg-Wildenrad. Allerdings ist die komplette Szenerie fiktiv. Der Gleisplan entspricht ungefähr dem von Wegberg-Wildenrad. Aber so die Assets, die da rumstehen und die Natur da drumherum und so, das ist alles komplett fiktiv. Und das ist halt schon recht viel. Wenn man mal überlegt, das sind schon viele Kilometer Gleis. Hier wird dann das Trainingscenter gezeigt, also das Gebäude in der Mitte. So sieht es als 3D-Modell von außen aus. Das hier ist die Höhe der KI, beziehungsweise der Person, die man da ist. Und hier haben wir einen wunderschönen Screenshot von dem Trainingscenter, von einer Strecke dort. Sogar mit Unschärfe. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form ein Feature ist im TSW 3. Keine Ahnung. Wenn man irgendwie ranzoomt, dass der Vordergrund so ein bisschen unscharf wird. Also es hat schon was, oder? Ich finde es schon sehr schön. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur nachbearbeitet ist. Auch hier wirklich ganz, ganz schöne Szenerie. Guckt euch das mal an, wie detailliert das ist. Sowas hatten wir noch nie in so einer Detailtiefe. Und auch hier die Berge da hinten mit Schnee und allem Möglichen. Also wer mir sagt, eine alpine Strecke ist nicht drin im TSW, der erzählt Lügen. Auch hier wunderschön. Guckt euch das an. Also das ist das ganze Work in Progress. Hier ist noch nichts ausgestaltet. Sieht man ja. Das ist schon ein etwas älterer Screenshot vermutlich. Aber es sieht halt einfach schön aus. Auch so mit den Wolken, die sich da in die Berge hinein oder zwischen die Berge hinein bewegen. Auch wunderschön. Und hier noch ein Bild vom Trainingscenter, vom Eingang. Hier vom Innenbereich. So sieht das Trainingscenter von innen aus. Hier vorne eine Rezeption. Man kann hier hochlaufen, man kann hier langlaufen, man kann hier überall hinlaufen und seinen Spaß da haben. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir ein Bild vom TSW. Ja, war nicht schlecht, oder? Also von der Beleuchtung her auch wirklich schön. Und schaut mal an, die Lichtstrahlen, die Lampen vom TSW leuchten tatsächlich etwas aus. Wahnsinn. Hier noch ein Foto vom Trainingscenter, vom Außen. Ja, das ist Gebäude da. Hier hinten sind die Depots. Hier sind die Lokomotiven aufgespannt, angereiht. Hier ist die Class 66. Hier zum Beispiel ist noch 946. Da ist ein ICE. Und die stehen da alle und warten darauf, dass man sie fährt. Auch eine ganz interessante Information hier. Bei Kassel-Würzburg ist ja der ICE 1 dabei. Und da hat Mike Golds dann gearbeitet, auch an der Audio. Das bedeutet also, Audio wird top sein beim ICE 1. So viel kann ich euch schon mal jetzt sagen. Hier wird so ein bisschen erklärt, wieso Audios extrahiert werden und aufgenommen werden. Das ist ein bisschen... Wer es interessiert, kann sich das selbst durchlesen gerne. Ja, und was haben wir noch? Visual FX Snow and Kick-Up Effects. Was wir hier einanderseits sehen, sind hier... Seht ihr, wie der Schnee hier praktisch hochgewirbelt wird von den Zügen. Das ist jetzt mittlerweile auch endlich drin im TSW. Gefällt mir sehr. Hat sehr gefehlt, meiner Meinung nach. Und was wir auch haben, das sieht man hier ganz gut. Wenn es länger schneit, dann stapelt sich der Schnee auf. Sodass, ne, das ist die Ausgangssituation. Und dann haben wir hier praktisch der Schnee, der immer weiter hochschneit. Und auch das ist ganz, ganz toll. Auch die Figuren wurden im TSW 3 überarbeitet. Wir sehen, die sind deutlich detaillierter geworden. Die Frisuren sind anders geworden, auch detaillierter. Auch die Kleidungsauswahl hat sich verändert, sodass die Figuren insgesamt mehr Individualität zeigen. Jawohl, so viel dazu. Wenn es weiter interessiert, sich das alles in Tiefe durchzulesen, in aller Detailtiefe, der kann das sehr gerne machen. Ich würde sagen, mit diesem Screenshot vom ICE 1 verabschiede ich mich. Alles Gute, alles Liebe.